Liebe Grüße aus dem Hotel in Essen. Es ist mir ein Bedürfnis, mit euch heute zu reden. Ich habe heute am Vormittag ein Interview gehabt und da habe ich ein paar Fakten über die männliche und weibliche Körpersprache erwähnt. Nämlich zum Beispiel, dass Frauen deutlich häufiger lächeln. Studien belegen bis zu 62 Mal häufiger pro Tag, dass sie stabileren Blickkontakt halten. Und ich habe das gleich gesagt, dass das im Babyalter schon zu beobachten ist, beziehungsweise auch bei Primaten schon zu beobachten ist, dass Frauen mehr Mimik zeigen und sich öfter untereinander anfassen. Und die Antwort der Moderatorin war, das ist ja alles Stereotyp. Und ich glaube, da macht man es sich wahnsinnig schwer, wenn man Fakten, die einfach sind, die einfach existieren, wenn man die diskreditiert, indem man sagt, das wären ja nur Stereotype. Und wahrscheinlich im nächsten Moment sagt, das wäre nur anerzogen. Und ich gehe jetzt in den Detail, das steht im Buch genau drin, das ist nicht anerzogen, das hat einen ganz wichtigen Grund erfüllt. Aber was ich euch heute mitteilen wollte, ist, wenn man sofort in den Reflex verfällt, das wären Stereotype, dann nimmt man sich die Möglichkeit zu erkennen, wie man eigentlich selber kommuniziert. Weil, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, ich sage nie, was sein sollte, wo die Menschheit sich hin entwickeln sollte, das sage ich nie. Sondern ich sage nur, was ist, was gerade Faktum ist. Und Faktum ist, dass der Großteil der Frauen häufiger lächelt, mehr Mimik zeigt und so weiter. Und wenn du damit okay bist, mit der Wirkung, die du nämlich damit erzielst, dann ist ja alles toll. Aber wenn du oft das Gefühl oder manchmal das Gefühl hast, du wirst ungerecht behandelt, liegt es vielleicht unter Umständen manchmal genau an diesen Signalen. Aber wenn man von vornherein diese Selbsterkenntnis sofort sagt, das ist alles nur Stereotyp und quasi, ich will da gar nicht weiterreden, ja, ich glaube, dann schadet man sich selber massiv. Das Gleiche ist ja, dass Männer sehr oft die Stirn nach vorne neigen, dass sie weniger lächeln, dass sie massivere Gesten zeigen. Und das ist Faktum. Das erfinde ich nicht. Und ich propagiere das auch nicht, sondern ich erwähne nur, dass es so ist. Ja, wenn der Mann mit seinem Leben rundum zufrieden ist und all die Ergebnisse erzielt, dann soll er bitte das alles weitermachen. Aber wenn er manchmal das Gefühl hat, manche Menschen halten zu viel Distanz zu mir, sie bauen nicht schnell Vertrauen auf, wenn er das Gefühl manchmal hat, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass er seinen Kopf zu weit unten hat, den Unterkiefer zu weit vorne hat und so weiter. Das sind nur ein paar Beispiele. Das heißt, immer diesen Reflex zu haben, das ist alles nur Stereotyp. Die Wahrheit von Stereotypen ist ja, dass ein ganz großer Teil im Alltag eben zu beobachten ist. Und das wollte ich euch mitgeben. Also, wenn ihr im Buch lest oder bei meiner Show hört, dass Frauen mehr das machen, Männer mehr das machen, geht es mir nicht darum, ob das jetzt das Beste ist, sondern ich erhebe nur den Status Quo. Und vielleicht animiert es dich, mal selber bewusst wahrzunehmen, wie bin denn ich? Was tue denn ich? Wie gehe ich mit meiner Mimik und meiner Geste kommen? Das ist manchmal nicht so leicht, deswegen nehmt es euch öfter selber auf. Also, jetzt bin ich neugierig, was ihr dazu denkt, zu den Körpersignalen, die Männer und Frauen stereotyperweise machen. Trifft es auf dich zu? Trifft es nicht zu? Und wie ordnest du Menschen ein? Zählen da diese Signale auch oder zählen sie bei dir gar nicht? Teil das Video gern. Zählen